Hallo! Ich will ein neues Spiel spielen. So, was ist das hier? Ui, ist aber laut! Ui, ist aber laut! Ui, 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 ui! Egal, nicht noch weiter, ne? Ui, 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 ui... Ja! Passt schon! Warum so lange? Ich hab das Spiel gesehen und dachte mir, ich probier es mal aus. Ich hab doch keine Ahnung, wie das funktioniert, was ich machen muss. Fünf Wellen. Keine fliegenden Gegner, keine Belagerungsmaschinen, kein Feuer. Schwierigkeit? Leicht. Stabiert die Gesundheit aller feindlichen Objekte. Mittel. Na, wir spielen wieder auf Mittel, oder? Was ist das denn? König? Conan? Conan. Na, ich weiß, was wir sein aussuchen, oder was? Valeria. Kalanthes. Kämpfer. Wahrscheinlich ist das Assassine, oder sowas. Weiß ich nicht. Speerkämpfer? Bogenschütze. Ja, sieht man ja. Ja, ja. Ja. Ach, ich darf irgendeinen Helden wählen. König. 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 Und warum gibt es jetzt zwei Sachen? Das ist Mission 1 oder was? Mhm. 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 Egal. Was ist das? Was ist das? Gibt es keine Kampagne oder was? Also die Kampagne geht so, die Kampagne geht so Dann gib ihm ne, probier es mal aus, wenn es scheiß ist, BÄM, zurückgeben bei Steam Direkt Geld zurückfordern, aber Hathor reduziert, deshalb habe ich das noch geholt Zeh, dann geht jo Befestige deine Basis, indem du Geburt errichtest, um Ressourcen zu sammeln Erkundete Karte, erweitere deine Basis, indem du deine Geburt erforst und blablabla Ah, ok, jetzt hast du das Pause Wir haben uns überlegt, im Prinzip habe ich ja gerade frische Rosinen gegessen, weil Trauben, die frisch sind, sind ja später, wenn sie getrocknete Rosinen sind, also habe ich ja frische Rosinen gegessen So, dieser Leitfaden erklärt die zahlreiche Funktionen Ja, 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 das brauche ich Wofür bist du die Punktzahl? Egal Ja Gewählt, übernahe Gegner oder Objekte für einige Informationen und Aussichtstum benötigt Ja 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 Kannst du dein Gebäude bearbeiten Ja Ja Ah, ah, ist immer besser nach oben Ja In der linken unteren Bildschirm findest du Informationen, Minikarte, blablabla Heldenmenü, wir werden neben der Gesundheit und der Veteranenstuf für das Helden Mhhh Ok Baumenü, ok Hier kannst du die Letters pausieren, ja Hier kannst du automatisch einhalten Mit den, ähhh Wie fehligen Ja Hier wird eine Aktivitätsspielzeit Ja Ressourcen Mhm Mhm Wie, ok Ah, mhm, ja, 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 ja Ok, ok Cool Ah, schade, man kann nicht weiter wegscrollen Erstmal eine Leertaste, ne Erstmal ein bisschen abgucken Außenturm Holz Wahrscheinlich Stein Ne, Metall Getreide Was ist das? Hüte Gesundheit Gewicht für Gold Ja Ah 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 Was ist das? Ja 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 Das kostet ja alles, Geld. Baukosten ist immer Geld, Geld, Geld und ein bisschen Holz. Ne, hier brauche ich Getreide. Getreide habe ich 20. Das heißt, ich muss erstmal basically was schaffen. So. Ist das wieder weg oder was? Ja. Ja, 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 so, pass auf. Ein bisschen Nahrung mache ich ja auch, ne? Ja. So. So. Das ist jetzt wieder weg. Hä? Ja. Ja, ja, ja. Und jetzt? Ja, holz, wollte ich doch hier hin haben. Ja, ja, so. Hütten brauche ich ja für Gold, ne? Wie brauche ich denn dafür? 60. Oh, 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 oh. Interessant. Das baut aber ganz schön langsam. Was ist das denn jetzt? Ah, jetzt wo ist mein Held? Was ist das? Gegner oder was? Ich muss mal bei Kumpel gehen. Das ist ne Mauer. Ich renne jetzt mal mit dem. Ich brauche ein Brunnen, kann ja feiern und so. Ja. Wir rennen das mal ein bisschen. Und bauen nebenbei ein bisschen, weißt du? Was heißt denn das? ja gib ihm ja ist doch egal die sehen ja ein bisschen stark aus aber er sieht ja ziemlich stark aus also Michael Dudikoff hier gib ihm doch mal hier hast du keine Spezialisierung oder so naja kann ich doch Lappen willst du doch nicht fette Tiefdösen ja jetzt geht das so stehe alten ich hab doch noch eine gib ihm mal eine hier ja geht doch 4 kills ja das ist auch eine Szene er kriegt aber sehr langsame Erfahrungspunkte Fernkampf, Nahkampf, Kavalerie oh ja 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 ja, ja ja, ja ja kommt ja immer immer wieder welche sause oder was was ist das aha den müsste ich vernichten wird nicht noch mehr rauskommen da kommen ja noch mehr da kommen wir weg jungen heil dich ein bisschen hier, wie kann man das einstellen vor rücken angreifen oh ja nicht, ich brauch ja Hütten 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 Hütten, ich brauch dann dann konstruktion attackwave konstruktion 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 ja jetzt brauch ich ja noch bisschen hier, wie ist das? alles hat schon das ist halt sich da sind ja auch Hütten ne? attackwave kommt von oben ne? kann man die upgraden oder nicht? kaserne, habe ich den schon? kaserne kostet gold kaserne kindern die 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 Wir greifen mal an. Warum ist das klar? Wollen wir reparieren? Das ist ein Gehörer. Ja, dann muss ich das. Aber die Kräfer hat ein Gehörer. Ja, dann muss ich das. Ja! ja 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 rennen wir zurück und lassen uns heilen easy wie viel schützen habe ich ich glaube ich vier davon, das reicht. Was kann das Gebäude hier? Ja, so. Wo kann ich das denn jetzt hier? Ja, ich habe ja schon genug Holz, ne? Ja, ich habe ziemlich viele Holz. Ich habe nur noch keine Nahrung. Äh, was geht vor? Ja. Ja. Hm. Ja, wo gibt es denn hier noch noch? Vorsicht, was denn jetzt? Ja. 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 was ist das? oh oh cool wie kann ich nochmal jetzt die Sicht ändern dass ich sehe auch wo wie was ich sehe ja komm jetzt habe ich 3 also du und du kommt hier hin ihr besetzt den Turm du und du und du weibliches Wesen und eines brauche ich eigentlich noch geht hier rein du ja ja du ah jetzt treffen die einfach nur die Spingen das ich bin das 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 So ein bisschen nett. Ja, wie soll ich sagen? Alle reparieren. Was machst du mal? Was machst du so unfreundlich? Ja, da gibt es noch mehr Sachen. Cool. Ja, bumm. 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 Ja. Nahrung fehlt mir halt, ne? Wo krieg ich die Nahrung her? Steinbruch. Hm. Ach, guck sieh an, sieh an, sieh an, sieh an. Holz hab ich ja genug. Ein bisschen Nahrung bräuchte ich. Dö, 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 dö. So. Und. Da ist auch schon einer dabei. Stein habe ich jetzt keine, ne? Das kann ich ja wieder hier hin bauen. Das war ja nicht so gut, nicht so schlecht. So. Und dann. Gibt es ja hier dieses Handelsgildending. Das dauert einfach hier hin. Ja. Okay. Ja. Was ist das? Tiere. Das ist das braune da? Ja. Latsch mal hin. Wir zerstören das da vorne. Oh Gott. Und ich noch eine. Ja. Ja, ich muss erstmal dieses kackte Beude zu spüren. Damit ich hier nicht so rum spawnen kann. Nein, brauche ich noch. Nein. Na auch nicht genug. Nicht genug. Na auch. Ja. 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 Ich hab's geschafft. Du, 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 du. Ja. Ja. Keine fehlt mehr. Hab ich gut gemacht, ne? Jetzt hab ich noch kurz gekriegt. Ich hab's nicht gemacht. Nein, 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 nein. Ah, egal. Ich geh mal zurück. Hey. Wenn die Spinnen gleich wieder kommen. Das ist gescheid. Warum macht das Gebäude denn nichts? Gewert plus vier. Hm. Vielleicht plus vier. Hm. Das heißt? Die Attack da irgendwo. Hm. Ja. Okay, na. Laufen wir hier hin. Ja. Wo ist das Gebäude, das ich hier bauen wollte? Handwerksgelder. Ja, ich will die haben. Cool. Das ist nicht so gut. Ich schaufe. Ich mache diese Spinnen. Das ist ja so gut. Ich schaufe unter. Untertitelung im Auftrag des WDR Schreie untertacken. Was ist das? ja ja das ist ja 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 Ich brauche mehr Nahrung, 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 oh scheiße, ich kann hier gar nichts hinmal. Gut. Gut. Gut, ihr könnt es schreien nicht. Ja, nicht, 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 nicht. Nichts, nicht, 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 nicht... Nichts, nicht, nicht, nicht... Ihhe, hier ist prone, nicht... Dann nicht, nicht... ich brauche keine Ahnung also gib ihm hier eine Ahnung was kann ich denn noch hier ein sinnvolles bauen? Holz habe ich denn noch? nee, Holz doch habe ich hier 2 Stück das langt, oder? Holz minus 1 hm, dann bauen wir hier kann ich gerade eh nicht bauen da haben sie mein Häuschen kaputt gemacht, die Schweine gut da 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 Einfach unbesiegbar, weshalb? Ah! Sollte das so schnell? Cool! Almost all this is kaput Food supply research started Was will supply? Ja! Kommt zurück? Was für sich! Ich brauche Häuser wieder! Ja! Ich bin glücklicherweise kaputt gemacht Ich bin glücklicherweise Ich bin glücklicherweise Moment! 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 Oh! 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 Okay! Das ist nicht cool, Mann! Oh! 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 rå ich würde mal sagen ich starte das game einfach mal neu und ich weiß es nicht